Ich glaube, wenn wir das nächste Mal zurückgehen, dann werde ich noch mal meine Ausrüstung verbessern. Ja, das wäre gut. Oh, die kann man... Ja, selbst die Bänke kann man kaputt machen. Das ist ja schön. Oh, die Kirche sieht auch cool aus. Ja. Ein weiterer Eiltshof, der den Rat der Saat begehrt. Ein Filmchen. Tataan, mein Kind. Du bist es, angespült wie ein Fisch. Wir sehen alles. Wir sind die Saatmutter. Ein Wesen der Weisheit, durch das die Saat spricht. Wonach suchst du? So, zwei Auswahlmöglichkeiten. Wie kann ich bei diesem Sturm das Atoll erreichen? Ich suche nach den Gründer. Wissen Sie, wo er ist? Wollen wir den Gründer mal wissen? Jo, kannst du? Der Gründer. Hin- und hergerissen zwischen Hoffnungslosigkeit und Stolz. Weg. Nicht mehr in dieser Welt. Der unwissentliche Vorbote des... Kann es wirklich sein? Ist die Stunde gekommen? Ja, es wird langsam deutlicher. Du willst der Saat ein Ende setzen. Aber der Weg ist verborgen. Ich glaube, gegen den Onkel müssen wir gleich kämpfen, ha? Das kann sein. Aber ich soll mal... Mal gucken. Wenn die Bindungen gelöst werden, wirst du schützen und vertrauen. Also ich sehe auf jeden Fall die Auswahlmöglichkeiten. Ich kann nur nicht auswählen. Ich werde sie beschützen. Tun sie, was sie tun müssen, zuerst. Mach dich bereit. Ich werde... Wir werden ihn beschützen. Okay. Dann fang mal an, sie zu beschützen. Hm. Das geht bis jetzt ganz gut. Ja, das läuft ganz gut, ja. Oh scheiße. Jetzt läuft es nicht mehr so gut. Mal kurz hier. Vielleicht kannst du den Typen hier heilen. Ja, das wäre natürlich cool. Oh scheiße. Das lief schon mal besser. Ja. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wir haben die Saatmutti gekillt. Ach scheiße. Das ist schlechte Arbeit. Ja. Naja, können wir gleich nochmal. Ja. Ja, wissen wir jetzt, was auf uns zukommt. Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken. Die gehen ja an uns vorbei und hauen einfach auf die ein, ne? Hm. Hm. Ach. Guck. Ich komme. Ich bin ein Expo! Das war's für heute. Ich hab kein Verbandsmaterial mehr. Das ist schlecht. Oh nein, da kommt ja Dicke. Ja. Oh, ich hab mich im Pfeil getroffen. Ja, mich auch. Ja, mach ihn platt. Oh. Ah, schade. Ja. Hm, aber wie immer, irgendwann schaffen wir es wieder. Ich denke, oh. Wieder 30, 40 Mal und dann. Oh, hier liegt ja noch Zeug rum. So, es geht los, ne? Mhm. Vielleicht können wir uns auch irgendwie aufteilen, dass der eine die eine Seite macht, der andere die andere. Ja, genau. Und wenn Dicke kommen, dann mach ich die rechte Seite, ne? Okay. Und wenn Dicke kommen, dann sagst du Bescheid. Dann können wir beide drauf. Ja. Jetzt kommt wieder Bogen. Jetzt kommt Dicke. Ja. Ja. Sehr gut. Der will sich da auch befreien da, der Onkel. Ja. Ah, nein. Jetzt kommt's an Dicke wieder. Nachladen. Boah, es gibt zwei Bobenschützchen, ne? Scheiße, ja Oh nein, die hauen sich da auf die Mutti ein Ah, scheiße Oh Gott, was ist denn hier los, ne? Ja, wir haben es geschafft Echt? Oh, Alter Oh, da habe ich ja nicht mit gerechnet Das ist sehr gut, da haben wir hier erstmal alles ein Oh, danke, mein Kind Bald, ich habe die Informationen, die du suchst Ich werde dir helfen Wir werden zusammen gegen sie kämpfen Zuerst muss ich mich ausholen Ja, wir machen die Drecksarbeit, er ruht sich aus Ich glaube, das ist eine Sie, oder? Ja Das ist eine Mutter Achso, sorry Tut mir leid Oh, Segen der Mutter Ja, ich darf it once